So, weiter kann es gehen. Naja, fast auf jeden Fall. Ich bin nicht gut vorbereitet. So, den nochmal üben on. Und gucken, ob die Aufnahme läuft. Jawohl, das sieht gut aus. Was wollte ich tun? Ich glaube, es wurde Abend. Allerdings wurde es wirklich Abend. Ja, es wird Abend. Ach, der Sonnenuntergang. Da muss ein Turm hin, von dem ich das wesentlich besser sehen kann. Den baue ich aber erst, wenn das andere fertig ist. Hallo, kleiner Wauzi, Wauzi. Ja, hier komm. Ja, oh, kopfschräg. Du auch noch ein Stückchen. Du auch. Nein, willst du nicht? Geht das nicht, wenn die sitzen? Wieso geht das nicht, wenn die sitzen? Geht doch. Aber nicht bei den Großen. Okay. Habt ihr wohl Pech gehabt. Tür zu. Schlafen. Jam, 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 jam. Einen Schluck drücken. So. Was war im Ofen? Eisen war im Ofen. Und ein Händel. Ein Bräuler. Die sind noch nicht durch. Das Glas ist auch noch nicht durch. Aber die sind fast durch. So viele Schnitzel. Entschuldigung, ist der da jetzt eigentlich runtergefallen? Oder hält er sich da? Ja. Ach, die nehme ich mal mit. Das braucht keine Sau. Ja, 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 ja. Ach, die nennen. Pack ich die eben doch weg. So. Zack. Das Eisen kann ja Eisen. Kann in die... Ne, ich brauche unbedingt ein Schwert. Äh, und ne, das soll es erst mal gewesen sein. Aber ohne Schwert. Gehe ich nicht aus dem Haus. Äh, ja, weg da. Das war jetzt Holz. Ich muss noch mal hier so ein bisschen weiter buddeln. Ein bisschen weiter buddeln. Ah, da komme ich natürlich. Äh, und ein bisschen weiter decken setzen. Okay. Ach, die ranken. So. Da, 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 da. Nur ein bisschen weiter setzen. Dupdi, dup. So. Kann ich das noch hier machen? Ja. Den auch und den... Den auch. Und einen noch. So, als nächstes dann die, den und den und als nächstes. Ach man. Den und den. Ich habe immer noch das Gefühl, ich habe das hier alles nicht gut durchdacht, die Bauweise. Na, so. Ich habe das nicht gut durchdacht. Aber da muss ich jetzt durch. Ach, ja. Ups. So geht es auch. Die Reihenfolge war ja mal witzig. Weg, 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 weg. Mitnehmen. Dann kann ja das da auch schon mal weg. Oh, Flints. Flints sind gut. Okay. Subdi, dup. 33. Ja, die Hunde bellen. Ist da ein Eindringling im Haus? Dupdi, 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 dupdi. Da, 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 da. So, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ach du Scheiße, jetzt kann ich das noch nicht mal wegmachen da oben. Ja, 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 ja. Ich gelobe. Besserung. So, eben mit dem Bogen, das Blattwerk da, weg. So, dann kann ich ja das Holz auch eben von hier aus setzen. Macht ja durchaus Sinn. Und den wohl auch noch. Da wachsen Pilze auf dem Baumrest. Wieso ist denn da überhaupt ein Baumrest? Habe ich aber unordentlich weggemacht. Oder ist das, weil... Hm. Ne, das sieht unordentlich weggemacht aus. So, ein kleines Ebenchen kann ich immer noch, weil jetzt nützt es sowieso nix mehr. Den Rest muss ich wohl von oben wegmachen. So, so, weg. Ob ich einfach mal mir TNT baue. Ich glaube, ich hab... Ach nee, ah man, ich hab kein Redstone. Ich habe doch kein Redstone. Dann brauche ich auch kein TNT. Kein Dynamite. Ja, okay. Geduldig da durch. Geduldig, geduldig, geduldig. Aber so ein Tag zwischendurch mal und auch so eine Nacht draußen in der Wildnis tut ja auch mal ganz gut. Okay, weiter. Den, den. Ja, ein bisschen tiefer muss ich dann wohl noch, ne? Ich glaube, drei oder vier Ebenen auf jeden Fall. Eher fünf oder sechs. Aber naja gut, wenn man das so ein bisschen aufteilt, mach ich's nicht offline, also ohne, wie heißt das? Off-topic? Off-topic. Nein, ich mach das alles schweiße meines Angesichts vor laufender Aufnahme. In laufender Aufnahme. Block für Block. Alles schön einzeln. Oh, die letzte Steinhacke. Schaffe ich diese Ebene noch mit der Steinhacke? Das wird eng. Das wird verdammt eng. Schaffe ich's denn vielleicht noch heute? Ach, heute könnte klappen, aber es wird wirklich eng. So, das, was mir gerade durch den Sinn geht, ist... Ach, ich erzähl's lieber nicht. Nein, ich erzähl's lieber nicht. Nein, ich baue das einfach. Ich hoffe, wenn ich dann morgen oder übermorgen oder wann auch immer ich mit der Aufnahme nachher weitermache, dass ich dann auch noch dran denke. Und die Ranken müssen nachher auch noch unbedingt weg. Die müssen aber ganz weg. Das sieht ja nicht aus, wenn die hier so mitten in der Bude hängen. Zipdi-dupdi-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup. Ah, das ist so eintönig, diese Art der Tätigkeit hier. Puh, ich mach, glaube ich, mal die kurzen Reihen jetzt nicht, die langen. Die langen sind noch eintöniger als die kurzen, obwohl das natürlich im Endeffekt... Äh, irgendwas hab ich gerade wieder mit meinem Cursor gehabt. Manchmal ist es komisch zwischendurch. Dafür leckte es zumindest bei den letzten Aufnahmen nicht mehr. Das ist ja auch was. Und ich glaube, die Musik muss ein bisschen minimiert werden. So, weiter. Dafür leckte es bei den letzten Aufnahmen nicht mehr. Dafür hatte ich so ein Cursor-Problem. Was auch immer das sein mag. Ich bin da noch nicht wirklich hinter... hintergekommen. Äh, wobei ich lade nebenbei... Folgen hoch. Zwei Stück. Mehr als eigentlich geplant. Aber... Oh, ja. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. Äh, dafür gab es dazwischendurch auch irgendwie eine Woche Pause vor dieser Staffel oder anderthalb Wochen sogar, wo nix passiert ist. Das muss ich ja letzten Endes alles noch wieder aufholen. Deswegen gibt es im Moment halt etwas mehr. Ach, schade. Also, das hätte ich jetzt gerne... Ach, naja, egal. Eigentlich muss ich, glaube ich, ja auch diese Reihe auch nachher... Ja, gut. Egal. Aber ich will jetzt die Zeit hier nicht ungenutzt verstreichen lassen, nur weil ich keine Spitzhacke mehr habe. Jetzt habe ich natürlich, fällt mir ein, gerade einen Fehler gemacht. Die Sonne hätte eigentlich da... Ich hätte das anders, aber anders bauen müssen. Weil, oh Mann, auch keine Schaufel mehr. So, aber... Habe ich ja noch im Gepäck. Also... Na ja. Ich glaube, noch eine, ne? Solange es noch Tag ist, mache ich jetzt hier einfach mal die Erde weg. So hoch, dass ich da an die Decke noch rankomme, dann ist das ja auch erstmal wieder die letzte Ebene. Okay. Haben wir ja auch gleich. Und dann werde ich mir ein bisschen Werkzeug bauen. Und ich glaube, dass ich dann vielleicht auch mal wieder in eine kleine Höhle gehe. Oder ich... Vielleicht... Hm... Ja, das wird, es wird, es wird. Mühsam, langsam. Tuck, 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 tuck. Nein. Ja, so, okay. Tuck, tuck. Steinwerkzeug. Immer gut. Spitzhacken. Ich mache mir gleich vier davon. Noch zwei Schaufeln. Drei Schaufeln. Eins, zwei, drei, vier und eins und zwei und... Ach, das war jetzt vielleicht etwas viel Schaufel. Dann gehe ich auch nochmal wieder ein bisschen auswisten hier. Tuck, 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 tuck. Ein 64er behalte ich mal. So viel Kohle brauche ich nicht. Hm... So. Okay. Was sagt denn der... Was sagt denn die Uhrzeit? Ah, die Sonne geht gleich unter. Ich mag diesen Ausblick. Ach, die Treppe wollte ich noch. Hm... Ein Geländer. Wenn ich das hier mache... Ja, könnte man drüber nachdenken. Aber die Frage ist, wie nur, wie nur mache ich es? Oder muss ich das außen, draußen machen? Und dann hängt das hier in der Luft. Ich glaube, das finde ich trotz Asymmetrie etwas besser. Hier bis dahin. Na... Dann hängt das da so auch am Baum dran. Aber nur, wenn ich da kein... Wenn ich da jetzt noch einen Clean Stone hinmache. Und da vielleicht auch. Und dann noch da ein bisschen Erde. Ja, okay. Also, außerhalb muss das Geländer nicht auf die... Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Holz fürs Geländer. Vielleicht habe ich auch noch Geländer irgendwo. Hallo, wo? Fall da nicht runter? 64 Geländer. Das ist doch schon mal ganz gut. Falls ich irgendwelche Pfeiler oder so brauche, baue ich mir die auch mal dahin. Und ein bisschen Erde. Man weiß ja nie. Die Geländer sollen da hin. Und ich wollte, glaube ich, auch für irgendwo mir ein bisschen Clean Stone mitnehmen. Wie heißt es? Stein. Ah, Stein, das so nichts sagt. So, auf nach draußen. Da muss ich mir mal irgendwann Klappen hinbauen. Äh, Druckplatten. Druckplatten. Also, erst einmal. Ist das wirklich in meinem Sinne? Oder sieht das besser... Besser hier aus? Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Naja, ich glaube, das muss... Gib mir das. So. So, da und... Da. Das ist dann eins zu niedrig, ne? Muss der da doch weg. Habe ich ein Geländer verschwendet? Das kriege ich doch nie wieder. Das ist ein bisschen hoch, ne? Für ein Geländer. Doch da hin. Ich fange lieber unten an. Ich fange lieber unten an. So, Baum. Du bist nicht... Gar nicht im Weg. Tuck, tuck. Tuck. Der muss da auch mal eben weg. Der auch, bitte. Ich mag das nicht. Und jetzt kann ich da immer noch runter... Nein. So, das ist dann der... Na... Na... So, da und da. Ne, das ist doof. Das muss schon vorher enden. Vorher enden. So. Erde, 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 Erde. So, da ist jetzt erst mal genug mit Geländer. Wobei ich da dann auch noch, bitte schön, Erde hinsetze. So. Da auch. Das geht. Das geht. Das geht. So, das ist soweit erst mal in Ordnung. So, dann muss ich ein Geländer, bitteschön. Fangen wir auch mal Erde hin. Na, so. Wie wir das dann hier nachher noch machen, muss ich dann mal gucken. Ah, da ist der Ranke. Ah, ist ein Mist. Bei Ranken muss man immer aufpassen. Weil, da kann man nämlich auch, wenn man ein Schiff gedrückt hat, super runterfallen. Ja, dann mache ich das vielleicht nachher von oben. Da und da und da und da und da und da. Ja, da kümmere ich mich gleich drum. Tupdi, tupdi, tupdi. Ach, da wollte ich doch gar nicht. Mist, kann ich da irgendwie noch hin? Nein, 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 nein. Jetzt habe ich keine Axt mehr in der Hand. Mist. So. So, du musst da weg. Da kann ich aber doch jetzt rüber. Nein, kann ich nicht. Hä? Wieso ging das denn oben vorhin? Ich muss jetzt doch mal die Axt in die Hand nehmen. Das war, glaube ich, diese. So, du musst da mal eben weg. Weg, weg. Weg, ihr müsst da alle weg. Alle weg. Weg. Ah, Schnitzel weg. Erde in die Hand. Den da weg. Den machen wir dann auch nochmal weg. Erde, 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 Erde. Erde, Erde. Jetzt, ich hatte es ja fast befürchtet. Nee, geht doch noch. Erde. So, okay, Erde. Mal gucken, wie das denn hier nachher aussieht. Dahin, dahin. Ich glaube, das ist jetzt mal mir völlig egal. Weg da. Weg da. Weg da. Da. Ach, naja. Hm. Ranke, weg. Oh Gott. Wenn ich die von oben weg machen will, dann wird mir aber, glaube ich, schlecht. Da kommt jetzt, würde ich sagen. Und den da bitte auch weg. Und stattdessen bitte Erde. Erde, 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 Erde. So. Das ist das. Hier ist super. Hm. Hm, 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 hm. Das sieht ja doof aus. Clean Stone. Clean Stone. Na ja, ganz gut sieht das natürlich jetzt nicht mehr aus. Aber was soll's. Okay. Da soll wohl auch noch ein Clean Stone hin müssen. Und da. Ja, das muss ich dann irgendwann nochmal gucken. Jo, geht aber. So, dann war es so, dass ich jeweils, äh, wo hab ich denn mal unten? Da muss ich mal eben gucken. Auf der Treppe, wo ich bin, ist einer auf der gleichen Höhe und einer ist da drüben. Was höre ich eigentlich hier die ganze Zeit für Geräusche? Nicht da drüben, da drüber. Also einer ist da. Ach, das ist ja doof. Und einer ist da drüber. Das ist der da drüber. Ist einer da und einer da drüber. Okay. Einer da drauf und einer da drüber. Da drauf und da drüber. Und zuck. Zack. Und da und da. Und da. Da. Dann ist einer auf der gleichen Ebene und da drüber. Auf der gleichen und da drüber. Auf der gleichen und da drüber. Hier kann ich runter. Wieso konnte ich denn hier unten nicht runter? Hä? Doch, ging. Aha. Ob ich das noch mal ein bisschen mit Fackeln ausstaffiere? Ja, sollte ich vielleicht tun. Ah, drei dazwischen, drei dazwischen, drei hat einer dazwischen, einer dazwischen, einer dazwischen. Zwei. Ich fang mal hier an der Ecke an.